Hallo, Sie sind... Ihr Name? Ich bin der Herr Mertig. Und Sie sind in der Stadt? Ich habe die Baustelle von der Stadtverwaltung betreut. Ja, okay. Und sind Sie zufrieden heute mit dieser Baustelle? Es ist schick geworden. Ja, super. Lang gedauert. Und geplant war so 2022? Ja, Ende 2022. Ja, aber es hat so noch... Ja, derzeit gemacht. Und Probleme, die jetzt zurzeit so herrschen. Und dann kam der Winter. Und die nächste Frage ist mit den Brunen. Und in welchem Bereich wird es so gebaut und wann? Äh, das kann ich... Ich jetzt nicht sagen, das betreue ich nicht selber. Da müsste man drinnen... Ja, aber geplant ist er? Ja, geplant ist er, ja. Ja, okay. Aber die ist ja noch gekommen. Wir müssen... Ja, mal gucken. Ja, weil... Unsere Bürger, die wollen so wissen. Manche haben sich schon so eine Frage gestellt. Heu, da fällt Brunen. Und da habe ich gesagt, ey, das ist schon geplant. Aber wann? Wissen wir nicht. Wissen wir nicht, weil die müssen erwarten, bis wir fertig wurden. Ja, ja. Und dann können die jetzt durch eine Planung einsteigen. Okay. Äh, ich bedanke mich. Ja. Hallo, ich bin Kathrin Kabelig von der FZ und ich habe heute den Manuel hier kennengelernt bei der Straßenfreigabe, fast Straßenfreigabe von Dr. Kölzring. Und der Manuel hat mir ein bisschen was erzählt. Er hat mir gesagt, dass er hier YouTuber ist. Und das habe ich gleich genutzt, um ihn mal vorzustellen. So, ich bedanke mich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020